recht herzlich willkommen zur 128 folge vom körper space programm ja wir sind unterwegs mit minvus und ja gehen da mal rein der dralo hatte mir geschrieben ich habe da so ein paar solarzellen zum beispiel vergessen das ist schlecht aber wir werden es trotzdem schaffen meintag das ist schon mal gut wir hatten schon mal was eingeplant hier da lang zu fliegen das ist knapp hinter uns ich will hoffen dass ich jetzt nicht gerade vorbei bin ich glaube das war hinter uns ja also nächste runde machen wir das da und jetzt wollte ich noch gerade gucken der dralo hat er halt geschrieben schön gewesen immer ja schon in diese richtung der bahn da kommen das hätten wir ja noch ein bisschen zeit den anschlagpunkt dann zu machen da das muss ich nur gucken dass ich den links machen kann fokus denen genau jetzt kann ich da näher ran guck mal einer ist auch so wie wir ungefähr reinkommen das doch cool oder dann geht das doch dann ist doch alles prima dann müssen wir nur hier hinschauen dass wir hier auf diese bahn herkommen ist ein bisschen hoch da müssen wir noch daran arbeiten aber sonst sieht das doch schon perfekt aus ne jetzt müsste ich wiederum da hinten kommen wir da backspace dann kommen wir dahin nein nicht weg machen ich will den doch nur auswählen wieso bilder jetzt nicht nein hallo das manöver muss angehen das kann ja nicht sein oder warte mal wenn ich den damal nein ich war doch nix manöver jetzt habe waren so wenn ich da gucke das war jetzt schlecht weil da müssen wir ein zurück und das war jetzt 749 zurück geht aber nicht mehr gut aber ich glaube ich bin schon bewegt ne komme ich jetzt hier auf dem windows gerade geklickt jetzt bin ich hier drinnen gefesselt das ist jetzt richtig schlecht das einzustellen fokus so so und jetzt müssen wir doch da so raus suchen wieder zurück zum dingens damit man den einstellen können jetzt komme ich aber hin oder ja kann ich das von da aus machen sieht so aus so müssen erst mal einen tacken tiefer da sieht gut aus oder ja da kreuz mal hier und dann setzen wir den nächsten punkt das ist nicht verkehrt und wir müssten ein klein bisschen weiter raus ob ich das jetzt aber so schaffe bleibt dahingestellt ne stopp das ist mal einen tacken zu viel aber ich glaube das kann man auch so lassen und dann kriegen wir das schon hin wir müssen auch so rum der fliegt ja auch so rum ne dann passt das dann haben wir das schon mal optimiert das ist das was der dralo ja gerne hätte das hat er geschrieben so jetzt raus da wieder hier hin und jetzt müssen wir nur gucken wo sind die sonne da hinten kommt die weg gut aus der karte raus die satelliten sind zur zeit definitiv in der sonne also wenn wir so darüber fliegen ist es gut dann sind auf jeden fall solarzellen in der sonne aber wir müssen erst steuern das kann man sofort machen genau und dann geht die sonne weg das ist schlecht das heißt wir müssen wenn wir das hinter uns haben uns wieder anders aufstellen naja das werden wir auch hinkriegen denke ich so so müssen wir nachher nur schaffen ne ja bis dato alles gut ach so hier kapsel control from hier das war wohl falsch sagte der dralom ja haben wir auch warte ich gucke mal rein was er mir geschrieben hatte also den tank habe ich damals reingebaut noch das war super wir kontrollieren jetzt von da das ist passend wir haben keine dinge solarzellen haben wir geschafft so beim timewarp müssen wir auf die solarzellen achten das ist auch klar so die 25 kilometer die gehe ich mal jetzt nicht von aus dass ich dahin will ich möchte jetzt diesen großen lieber bleiben lassen und setzt die dann da ab und guckt zu dass ich da das hinkriege weil das haben wir gesehen besser da den fallschirm den kontrollieren wir dann wenn wir da hinten sind machen wir das erst wenn wir da rum kommen gut okay ich glaube wir sind jetzt am punkt wo ich sage wir brennen jetzt die nächste runde dahin wap to next manöver gut fliegt schön dahin müssen noch ein ganz klein bisschen korrigieren falsch korrigiert so glaube jetzt sind wir sauber ne und ich sag mal ganz einfach gas und los geht's so focus view dann gucken wir uns das von hier an und hoffen wir mal dass wir da gleich irgendwann reinkommen und das einigermaßen passt so 1600 700 hier und wo ist der kreis und sehe den noch gar nicht was ist das der ne oder brennt da hinten irgendwo rum ne aber richtig haben wir alles gemacht ne oder achso ja der muss ja da nachher hin und wir nach da ok dann wird das schon richtig sein der fliegt ja in der zeit auch weiter ne und wir sind deswegen noch hier alles klar sieht zwar jetzt ein bisschen eigenartig aus aber ich glaube schon dass das passt lost in space warte mal da ist was nicht richtig ich glaube das ist ein bisschen aus der richtung gewesen kann das sein und jetzt wieder vollgas jetzt kommt aber richtig ne ob das jetzt passend ist es die nächste frage ne ich habe so ein bisschen schiss davor da ist er so mal ein bisschen ran heißt aber ganz gut geworden glaube ne so lassen was wir haben zwar die höhe nicht passend aber insgesamt ist es ganz gut ok das heißt tschuldigung wir sind auf einem guten weg ne oder ja ja zack dahin den wieder ausrichten dass wir sonder kriegen und dann fliegen wir weiter vor oder so sieht gut aus glaube oder ja komm bisschen so ich glaube so ist es schon ideal was sagt denn hier unser liquid fuel alles gut 900 zurück gucken wir das alle so hinkriegen wie wir uns das vorstellen ne ja die dingens beiden müssen uns auch noch irgendwie vielleicht zurück bringen ich weiß nicht gut dahin ja das manöver das können wir erstmal weg machen ne ja was ist das hier eigentlich kerbin periapsis ok den weg und der hier kerbin periapsis ok also wenn wir da vorbei sind dann fliegen wir hier und dann sind wir irgendwann lost in space oder so ne das das sieht doch richtig gut aus denke ich mal weil das müssen wir dann nur minimieren wenn wir da vorbeigeflogen sind und dann müssen wir gucken dass wir da wieder runter kommen ne und das ist doch dann unsere flug richtung in dem sinne oder ja ha das ist doch ok ich will es hoffen dass es so ist wie ich mir das gerade vorstelle dann wäre das natürlich super gut weiß ich jetzt aber nicht und ja ich würde jetzt machen wir noch ein feintuning fokus view machen wir noch ein feintuning das ist das ist nicht viel ne aber ich weiß nicht wo ist denn die blaue linie das ist der mund erwischt oder was kaum zu glauben entschuldigung ich krieg da jetzt auch kein ding ins hin net manöver nö will er nicht das manöver dahinten enden ja da war er jetzt kurz so da kann man manöver machen und das sieht man jetzt gerade schlecht ne ja das ist dann wir sind da oben jetzt ist der kreis passend und wir müssten noch ein bisschen tiefer kann ich hier irgendwo nochmal den ding ins bitte sehen da ne warte mal wo bin ich jetzt da tiefer 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 stopp jetzt sind die ziemlich übereinander oder ah ne da muss ich ein oh jetzt habe ich das noch falsch gesehen noch ein bisschen tiefer so hier war das der ne ja der blaue der grüne ist unsere Flugbahn der ist also zu tief auf so oder ne wir fliegen noch drunter her oh wie allerweise wäre das ja hier ne ich probiere das auch mal dahin aber das ist auch alles so da ist das ziemlich nah ey das ist top das lass mal so tun wir noch mal ein bisschen hier korrigieren so da und ich glaube wir brennen einfach mal gerade dann müsste sich das auch schon bewegen ne ich glaube das ist jetzt ideal oder ich glaube das ist sogar besser wie das was wir hier haben gut bedeutet der kann weg und wir kommen noch besser daran jo jetzt weiß ich nicht ne das ist Millimeter sind das nur hier irgendwie so ist gut lassen wir so wunderbar okay wenn wir hier sind müssen wir dann hier das nächste manöver machen ne manöver und dann müssen wir wohl oder müssen wir dann nur die beiden absprengen ich weiß nicht ich glaube da lassen wir nochmal den drallo weil ich hatte ja eben hier sowas schönes hier gesehen ne dass wir wieder runter kommen aber ich weiß es auch nicht so genau das ist jetzt dadurch vielleicht weg oder was machen wir den fokus hier wieder hin hier hatten wir doch so eine aber die ist jetzt weg ja da lost in space oder so keine ahnung die war auch vielleicht nur da solange wir hier rumflogen gut okay aber ich sag mal so für die folge soll es erstmal reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss geht hier noch licht drauf ja